Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und willkommen zurück in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Drage Učenice, drage Učenici, dober dan i dobrodošli natrag u nasšu virtualnu učijonizu za njemački jesig. Heute setzen wir das Thema Wetterfort und wir arbeiten an der Wettervorhersage. Danas se nastavljamo baviti temom meteorološkoga vremena i radicemo na prognosi vremena. Heute arbeiten wir an folgenden Fertigkeiten. Das Wetter beschreiben, einen Text zum Thema Wetter verstehen, eine Wettervorhersage verstehen, ein Video zum Thema Wetter verstehen und einen kurzen Dialog zum Thema Wetter nach Vorbild schreiben. Was ihr braucht, um erfolgreich am heutigen Unterricht teilnehmen zu können, sind euer Heft oder ein Blatt Papier, ein Bleistift oder Kugelschreiber und der Internetzugang an euren Handys, Tablets oder an eurem Computer. In jedem Moment könnt ihr in diesem Video eine Pause machen. Außerdem werdet ihr in diesem Video verschiedene Symbole sehen können. Zum Beispiel das Symbol für Pause bedeutet, dass ihr im Video eine Pause machen sollt, um euch ein anderes Video anzusehen oder etwas zu lesen oder eine interaktive Aufgabe zu machen. Das Symbol bedeutet, dass ihr etwas schreiben sollt. Das Symbol bedeutet, dass ihr euch ein anderes Video ansehen könnt. Das Symbol bedeutet, dass ihr eine Übung mündig machen sollt. Das Symbol bedeutet, dass es um eine interaktive Aufgabe geht. Und das Symbol bedeutet, dass ihr ein bisschen nachdenken sollt. Als Aufwärmung am Anfang der heutigen Lektion wiederholen wir einige Begriffe zum Thema Wetter, die ihr schon bestimmt kennt. Für die Zagrihung am Anfang der heutigen Lektion, wir wiederholen wir einige Begriffe zum Thema Wetter, die ihr schon bestimmt kennt. Ihr seht hier sechs Bilder. Welche Wettererscheinungen erkennt ihr? Ob ihr wittete 6 Zlika? Koje oder ob ich Wremenskich Poeva preposnete? Welches Bild passt zum Beispiel zum Satz, es ist sonnig? Und welches zum Satz, es regnet? Es schneit. Es blitzt und donnert. Es ist nieblig. Es ist windig. Ich hoffe, ihr habt alle Wettererscheinungen richtig erkannt. Um die Wettererscheinungen noch einmal selbstständig zu wiederholen, könnt ihr jetzt eine interaktive Übung machen. Die Übung ist per Link oder QR-Code reichbar. Da biste bolje samostalno ponovili meteorološke pojave, možete riješiti ovaj interaktivni zadatak. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Link glasi Pauziert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online Übung. Zaustavite snimku i riješite Online Zadatak. Wiederholen wir weitere Begriffe aus der vorigen Lektion zum Thema Wetter. Ponovimo jošneke pojmove iz prošle Lektije vezene ust temu meteorološkoga vremena. Ihr seht hier zwei Fotos. Wie ist das Wetter? Ovdje vedite dvje Fotografie. Kakue vremena Fotografieama? Beschreibt das Wetter auf den Fotos mündlich und antwortet dabei auf die folgenden Fragen. Ist das Wetter schön oder schlecht? Ist es warm oder kalt? Wie sind die Temperaturen? Wie sieht der Himmel aus? Pausiert die Videoaufnahme und beschreibt die Fotos mündlich. Hier sind die möglichen Beschreibungen. Das Wetter ist schön. Es ist heiter. Es ist warm mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Das Wetter ist schlecht. Es ist kalt mit Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad. Es stürmt. Es ist windig. Ich bin sicher, ihr hattet keine Probleme bei der Beschreibung des Wetters auf diesen zwei Fotos. Und hoffentlich hattet ihr auch Spaß dabei. Das Wetter ändert sich. Heute kann es schön, heiter und warm sein. Morgen kann es schon kalt sein und regnen. Wie ist das Wetter heute bei euch? Bei mir ist das Wetter heute schön. Die Sonne scheint und es ist warm. Und wie wird das Wetter morgen sein? Was steht in der Wettervorhersage? Morgen wird das Wetter schlecht sein. Es wird regnen und es wird kalt sein. Zum Thema Wettervorhersage findet ihr hier noch eine weitere interaktive Aufgabe. Die Aufgabe ist per Link oder QR-Code erreichbar. Ob diese nahe sie, ihr schiedern interaktivne Zadatak, wesern uns vremensku Prognosu. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Link glasi B, I, T, 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 E, R, S, A, T, Z i brojka 2. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online-Aufgabe. Schauen wir uns jetzt noch einen der Sätze aus der vorigen Aufgabe näher an. Morgen wird es am Vormittag regnen. Was bemerkt ihr? Ich habe im Satz zwei Wörter besonders markiert. Warum? Was stellen die rot markierten Wörter dar? Schto primjechujete? Dwie sam riechi u rechenici posebno označila. Schto predstavljaju crveno označene riechi? Es geht um die Zukunft. In einer Wettervorhersage prognostizieren wir das Wetter in der Zukunft. Also morgen, übermorgen, nächste Woche oder sogar nächsten Monat. Kada opisuemo kaku čebiti vreme? Prognosiramo budučnost. Und wenn wir über die Zukunft sprechen, gebrauchen wir meistens das Foto 1. Und diese Zeitform habt ihr schon bestimmt kennengelernt. Wiederholen wir. Foto 1 bildet man mit dem Präsens von werden und dem Infinitiv des Vollverbs. Das Präsens von werden steht im Satz an der zweiten Stelle und das Infinitiv steht am Ende des Satzes. Da ponovimo. Futur 1. Das Präsens von werden steht im Satz an der zweiten Stelle und das Infinitiv des Vollverbs. Das Präsens von werden steht am 2. Und das Infinitiv des Vollverbs steht am Ende des Sprachen. Wir erholen wir auch die Präsensformen vom Hilfsverb werden. Ponovimo i oblike präsenta pomočnoga Glagula werden. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet und sie, sie werden. Das Verb werden ist ein Hilfsverb und es ist ein unregelmäßiges Verb. Dakle Glagul werden je pomočni Glagul i ne pravilanje. Um die Futur 1-Formen selbstständig zu wiederholen, könnt ihr jetzt eine interaktive Übung machen. Es geht um einen Lückentext. Ihr sollt die Formen im Futur 1 ergänzen. Die Übung ist per Link oder QR-Code erreichbar. Link Glasi Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online-Übung. Nachdem ihr die Online-Aufgabe gemacht habt, könnt ihr jetzt auch selber eine Wettervorhersage machen. Ihr seht hier ein Bild. Das Bild zeigt, wie das Wetter morgen sein wird. Ihr sollt anhand des Bildes das Wetter für morgen prognostizieren. Also, wie wird das Wetter morgen sein? Wie ist die Wettervorhersage? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und beschreibt das Bild mündlich. Achtet dabei auf die Futur 1-Formen. Und hier ist eine mögliche Antwort. Am Morgen wird das Wetter schön sein. Am Vormittag wird die Sonne scheinen. Es wird warm sein mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Nachmittag wird sich das Wetter verändern. Es wird wolkig und kalt sein mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Und nun könnt ihr euch ein Video zum Thema Wetter ansehen. Im Video telefoniert ein Mädchen mit seiner Freundin und sie sprechen über das Wetter. Ihr sollt das Wetter im Video beschreiben und dabei die zwei Fragen beantworten. Wie ist das Wetter bei Selma und wie ist das Wetter bei Lisa? Das Video ist per Link oder QR-Code reißbar. Link glasi. B, I, T, T, L, Y, Kosa, Zrta, Veliko, W, E, T, T, E, R, Veliko, W, I, D, E, O. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme. Schaut euch das Video zum Thema Wetter an und notiert eure Antworten. Und hier sind die möglichen Antworten. Wie ist das Wetter bei Selma? Und nun sollt ihr eine Webseite besuchen und euch dort ein Beispiel der Wettervorhersage anschauen. Die Webseite ist per Link oder QR-Code reichbar. Link glasi. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme, besucht die Webseite und lest den Wetterbericht für Deutschland. Und jetzt folgt eure Aufgabe für heute. Ihr solltet eine Wettervorhersage schreiben. Dabei sollt ihr euch das Video zum Thema Wetter noch einmal anschauen, wo ein Mädchen mit seiner Freundin telefoniert und sie über das Wetter in den nächsten Tagen sprechen. Ihr sollt nach diesem Beispiel einen ähnlichen Dialog schreiben, wo zwei Personen die Wettervorhersage in zwei unterschiedlichen Klimaregionen in Kroatien einander darstellen. Das Video ist per Link oder QR-Code reichbar. Link glasi. B, I, T, Tochka, L, Y, Kosa, Zrta, Veliko, W, E, T, T, E, R, Veliko, W, I, D, E, O. Und hier sind noch ein paar Impulse als Hilfe beim Schreiben. Auf dieser Webseite könnt ihr eine Wetterkarte für Kroatien finden. Die Wetterkarte ist per Link oder QR-Code reichbar. Link glasi. Weiterhin folgen einige Beispiele. Zum Beispiel Schime aus Dalmatien telefoniert mit seinem Freund Franyo aus dem kroatischen Bergland. Was könnten sie einander über die Wettervorhersage erzählen? Bei uns in Dalmatien wird es morgen schön und sonnig sein. Bei uns im kroatischen Bergland wird es morgen regnen. Oder Lucia aus Slavonien telefoniert mit ihrer Freundin Chiara aus Istrien. Bei uns in Slavonien wird es morgen warm sein mit Temperaturen gegen 22 Grad. Bei uns in Istrien wird es morgen stürmisch sein und der Wind wird wehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben. Na samome kraju današnje videolekcie možete si postaviti nekoliko pitanja, kako biste prozienili vlastiti napredak u učenju njematschkoga jesika. Also Bis zum nächsten Mal.